Ach, hier ist immer ein guten Tag. Ich bin einfach der Bär der Dickheit. Meine Güte, kapiert der Scanner. Siehst du nicht, wie dick ich bin? Guten Tag, meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Dicker Bär macht fertig oben. So, wir spielen gegen den Lustchen. Wir spielen gegen... Geron, ich weiß noch nicht, ob das gut wird. Ich hoffe, ich habe Angst. Und jetzt, passt auf, jetzt kommt der Damage. Jetzt! Du Sohn, was soll das? Und Auto-Hit. Dicker Bär, O-Take! Easy! Den haben wir weggemacht! Der Junge, der sieht die Welt nicht wie eigentlich erst jetzt in drei Sekunden. Aber der sieht die Welt für ungefähr zehn Sekunden nicht wieder, du! Ha, 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 ha! Oh! Wo? Ah! So, meine Freunde! Und was kauft man als dicker Bär? Ganz logisch! Leben! Damit die... Weh! Also der Biss! Also so gesehen, Wolli-Bärs Hauptsache! Knallt wie so scheiße! Jetzt passt mir mal auf, ja. Oh, hier ist er! Was? Oh! Oh! Jo, ich mir die jungen Pferde! Ja, zack! Nicht, was wird denn das jetzt? Weg mit dem! Ja, komm! Mach den! Ja! Der dicke Bär, der macht das hier alles weg, weil der ist einfach dicker Bär. Der ist dick, der Junge! Meine Fresse, kapieren das die Leute endlich! Der scheiß Bär, der macht die weg, weil der Körpermasse hat! Und den Biss, aber... Ha! Der Bär ist einfach nur cool. Der Bär ist cool! Komm her, du Lane-Opponent! Der denkt, der macht mich. Der denkt es einfach... Weg! Ha! Idiot, du Sohn! Ich bin einfach der dicke Bär! Und der dicke Bär, der hat mehr als... Oh Mann, jetzt höre ich auf damit. Wo bist du? Komm her! Komm her! Du Sohn! Oh, jetzt riecht mir den damit. Jetzt noch mal aufpassen. Ich kann so viel damit schon den Minions anzapfen. Komm mal her, mein Junge! Der Bär macht jetzt seine Tesla-Spule an! Der Bär macht seine Tesla-Spule an! Weg mit dir! Weg! Einfach weg! Das ist die Tesla-Spule! Das ist die Tesla-Spule! Fertig jetzt! Das war auch keine Tesla-Spule! Der Bär macht's vor! So, Leute! Wisst ihr, wie ich das nenne? Die Super-Mega-Bär-Bärser-Falle! Beißer-Falle an! Pah! Denkt ihr echt? Der hat irgendeine Chance gegen mich, der Junge? Tschüss! Vor der Ultina! Abgebroken! Ab, 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 ab! Tja! Ist aber auch, glaube ich, schon ein bisschen raus aus dem Game jetzt. Ja, es steht aber gar nicht so gut. Das ist gut, dass es gar nicht so gut steht für unser Team. Weil da surrendern die eventuell nicht. Weil... Gut, der surrendert. Der eventuell auch. Der nicht. Die nicht. Der nicht. Das ist gut. Passe mal auf, mein Freund, wo ich mich immer verstecke. Im Bären drinne, du! Ha, ha, ha! Ha, ha! Bär. Der Bär, der macht's einfach! Der Bär ist einfach der Bär-Mann! Ach, hier ist immer guten Tag! Ha, 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 ha! Ich bin einfach! Der Bär der Dickheit! Meine Güte! Kapiert das, Kenner! Diehst du nicht, wie dick ich bin! Das ist immer noch nie! Bis zum nächsten Mal! erspringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.